Servus meine Lieben, ja wir bekommen gerade eine richtig krasse Breaking News rein. Stefan Reuter sucht nach einem neuen Art Sportdirektor. Außerdem soll sich Raphael Gikiewicz Vertrag jetzt dann die kommenden Tage verlängern. Beide Quellen sind hier vom Pletty Gold, den Sky-Experten. Und dann habe ich noch eine Information zu Tobi Strobel aus relativ zuverlässiger Quelle, wie es mit ihm weitergeht. Bleibt dran, Daumen nach oben wäre super und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, das war wohl eine Nachricht, die uns jetzt alle so wirklich mal maximal überrascht hat. Aber gewissermaßen freue ich mich auch über diese Nachricht. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich unser FC Augsburg in der Zukunft entwickelt. Also für mich ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wer wird dieser Kandidat sein? Ich möchte das erstmal vorlesen. Also gerade posten ja so ziemlich alle Seiten diese Quelle, die durch Plettenberg ja um die Welt jetzt kam. Hier habe ich mich mal bei Fußballtransfer mal bedient. Beim FC Augsburg will man sich in der sportlichen Führungsetage breiter aufstellen. Nach Informationen von Sky fahndet der Bundesligist nach einem Sportdirektor, der Geschäftsführer Sport Stefan Reuter zur Stelle gestellt werden soll. Der Klub wolle so die nächsten Schritte gehen. Also wirklich extrem spannend, auch dass Stefan Reuter zu diesem Schritt augenscheinlich auch bereit ist und selber auch in der Suche involviert ist. Also so höre ich es zumindest raus. Er überrascht mich, überrascht mich. Das sind ganz neue Töne, ganz neue Wege. Also ich finde es mega. Ich finde es mega. Es ist wirklich eine Sache, die ich schon sehr feiere. Jetzt ist natürlich auch wichtig, hier einen richtig guten Kandidaten zu finden. Ich habe mich jetzt natürlich nicht so sehr damit beschäftigt, aber ich werde es die Tage machen. Und wir werden da bestimmt noch zusammen auf Twitch oder im Livestream zusammen drüber sprechen. Schreibt mir auch hier schon mal in die Kommentare, falls ihr Wunschkandidaten habt. Gerade so Richtung Sportdirektoren bin ich jetzt nicht ultra fit, wer so alles auf dem Markt ist. Aber einen Kandidat habe ich, der richtig gut wäre. Aber ich weiß nicht, ob wir den bekommen. Lesen wir mal weiter. Sondierungsgespräche mit Kandidaten habe der FCA bereits geführt. Also es gab bereits wirklich Gespräche im Hintergrund. Reuter selbst wolle seinen bis 2026 datierten Vertrag erfüllen. Der 56-Jährige ist seit etwa mehr als zehn Jahren bei dem Vogelstädter im Amt. Aktuell rangiert Augsburg auf Platz 13. Also wirklich, wirklich, wirklich eine extrem spannende Sache, wie ich finde. Puh, okay. Mutig, spannender Schritt und ich finde irgendwie auch der richtige Schritt. Gerade ist es, Gott sei Dank, sind wir jetzt zufrieden mit der Transferphase. Es ist ja sehr viel ruhiger geworden, gerade auch um Herr Reuter. Da gab es gerade andere Zeiten, wo ich mit YouTube begonnen habe. Das wissen wir noch alle ganz genau. Jetzt, dass er diesen Schritt geht, finde ich extrem spannend. Also es wirkt wirklich so, als hätte unser Verein viel gelernt aus den Fehlern tatsächlich der letzten Jahre. Und man hat sich wirklich die Sorgen etc. von den Fans hier angehört, wie viel Herr Krapf damit zu tun hat, wie viel wir damit zu tun haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es eine sehr tolle und spannende Entwicklung. Ich finde diese Idee top. So hättest du so ein bisschen wieder diesen Druck, immer auf Herr Reuter zu schauen, weg. Und du hättest einen Mann, ich weiß nicht, in welchem Gebiet er aushelfen wird, aber natürlich wird es im sportlichen Bereich hauptsächlich sein. Und wie weit Herr Reuter dann seine Aufgaben abgibt. Also wird auf jeden Fall Thema Kaderplanung etc. komplett involviert sein, dieser Mann. Und mir fällt da eigentlich ein Mann gerade ein, den, glaube ich, viele gerne auch in Augsburg haben wollen würden, der perfekt passen würde. Aber er ist beim FC Liverpool auch im Gespräch. Also wenn da was dran ist mit Liverpool, haben wir keine Chance. Das möchte ich ganz klar sagen. Sven Mislietat, ja, sehr beliebt bei den Stuttgarter Fans, hat er seinen Posten verlassen müssen, mehr oder weniger. Bekannt dafür, sehr gute, spannende Talente in seine Vereine zu holen. Ein klasse Blick für spannende Spieler. Und wenn man jetzt mal bedenkt, so, unseren Weg mit jungen Spielern würde das ja komplett unterstreichen. Er war auch in Schwaben, in Stuttgart. Wir sind nicht weit weg von da. Wir sind ja auch Schwaben. Und vielleicht könnte es da ein romantisches Zueinanderfinden kommen. Ich würde es absolut feiern. Dann in Kombination mit Timon Pauls noch unseren Topscout aus München, der in diesem Transferfenster vielleicht zum ersten Mal so richtig seinen Impact mal gezeigt hat mit den jungen Talenten, die wir geholt haben in der Winterphase, was auch klasse und spannend war, nochmal den Mislietat zu holen. Puh, alter Falter. Und es soll ja so ein bisschen auch der junge Weg gehen, wieder jungen Spielern die Bahn nach Augsburg zu eröffnen und dann einfach hier entwickeln und weiterzubringen und auch mit diesen Talenten den Verein auf den nächsten Schritt zu bringen. Ich finde es extrem. Also Mislietat war jetzt einfach so ein Wunschgedanke, wo er natürlich zu heftig wäre in meinen Augen. Das wäre mein absoluter Wunschkandidat. Aber ich muss dir ganz klar sagen, ich halte es nicht für möglich. Aber ab und zu hat uns unser Verein schon öfters überrascht und wir dachten, wow, okay, Wahnsinn. Wo wir denken, ey, das kann doch nicht sein. Und wer weiß, wer weiß, nichts ist unmöglich. Er hat sich, glaube ich, in Stuttgart auch sehr wohl gefühlt, hat große Beliebtheit immer noch bei den Stuttgarter Fans und vielleicht kommt er einfach mal ein paar Kilometer rund Richtung Augsburg und macht hier seinen Job. Aber er wäre wirklich, er wird, finde ich, auch super nach Augsburg passen von der ganzen Typos, wie er ist. Ich würde es extrem feiern. Er wäre mein Top-Kandidat. Aber wie gesagt, ich habe mich noch nicht mit Kandidaten beschäftigt in der Richtung. Man führt scheinbar Gespräche. Ich hoffe jetzt nicht, dass es irgendwie in Bobic oder so wird. Aber ich glaube, der ist jetzt schon in einer anderen Kategorie. Ich finde, der wird zum Beispiel null passen. Aber er und Stefan Reuter würden sich ja zum Beispiel auch kennen aus der Dortmunder Vergangenheit. Auch Bobic hat ja mal für Dortmund gespielt. Ich weiß nicht, inwieweit die jetzt Kontakt haben. Aber Reuter hat natürlich sicherlich mit seinem Umfeld sehr spannende Kontakte hier in der Richtung. Aber Bobic wird es nicht. Also schließe ich mal aus. Aber keine Ahnung. Also wie gesagt, ich bin nicht so fit in dieser Sportdirektor-Thematik. Wer ist ein Weltklasse-Sportdirektor? Ich bin mehr Experte im Bereich Fußballspieler. Das ist einfach so, da bin ich auch ganz ehrlich. Vielleicht gibt es hier noch viele spannende Namen, wo ihr vielleicht den Blick aktuell besser als ich habt. Weil ich muss jetzt auch mal in eine Recherche gehen in den nächsten Tagen. und könnt mir hier schon mal ein paar Namen in die Kommentare schreiben, wo ihr euch vielleicht vorstellen könntet. Lasst uns ein bisschen zusammen spekulieren. Dazu werden wir auf jeden Fall einen Stream machen, Leute. Vielleicht auch schon heute oder die Tage. Ich werde es euch auf jeden Fall wissen lassen. Extrem spannend, extrem spannend. Also ich habe das Gefühl, dass der Verein geht wirklich in die richtige Richtung. Machen wir mal das Thema zu. Wir bleiben natürlich hier volle Kanne dran. Ich finde es einfach nur wirklich eine richtige Breaking News. Richtige Breaking News. Dann gibt es noch auch wieder von Plettenberg. Also der ist ja eh hier aus der München-Nähe, meine ich. Der ist ja irgendwo in München unterwegs immer. Auch nahe Augsburg. Hat hier schon mal auch echt gute Kontakte. Er meint erfahren zu haben, dass Gigi Vertrag, aber das wissen wir ja auch, sich jetzt zeitnah verlängert. Er wird auf die Anzahl der Spiele kommen. Und damit soll das Thema Finn-Damen wohl eher vom Tisch sein. Weil für Damen gibt es nicht diese Option, als Torwart Nummer 2 zu kommen. Es wurde auch ganz klar gesagt, dass Herr Reuter aufgrund seiner Führungspersönlichkeit, seinen Ehrgeiz hier in Augsburg behalten will. Und es riecht hier viel nach Verlängerung. Auch Gigi möchte bleiben. Das war aber auch kein Geheimnis. Klar hat er sich auch irgendwo beschäftigt mit anderen Wegen. Er kommt ja auch in ein gestandenes Alter. Aber er scheint hier zu einem Zusammenkommen zu finden. Und er wird wohl weiter im Tor bleiben. Das ist jetzt mal der aktuelle Stand. Also hier auch wirklich, ja, es geht ja jetzt Richtung Saisonende. Wir haben nur noch bis Mai. Es werden auch Vertragsverlängerungen ein Thema werden. Viele Verträge laufen aus, etc. Und eine Info habe ich euch da auch. Ein sehr vergessener Spieler, wie ich finde. Tobi Strobl. Ja, was soll man zu ihm sagen? Also da wohl eine unglückliche Geschichte mit ihm. Auf jeden Fall in Augsburg finde ich, so kann man es sagen. Für die Verletzungen kann er am Ende aber auch nichts. Das ist einfach richtig bitter gelaufen. Bei ihm habe ich jetzt Informationen. Da ist man sich ja eh, glaube ich, relativ sicher, auch aus der Fanszene, dass dieser Vertrag nicht verlängert wird. Er läuft aus. Er hat auch ein ganz sattes Gehalt. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Damals, als wir ihn verpflichtet haben, haben wir da auch ordentlich bezahlt. Und jetzt soll er, also das ist meine Information durch einen guten Kollegen, gute Quelle. Danke dafür nochmal, dass Tobi Strobl wohl nach Vertragsende mit dem Gedanken spielt, die Karriere zu beenden und in eine andere Richtung zu gehen. Er wird dem Sport schon treu bleiben, in welcher Richtung auch immer. Aber er wird wohl keinen neuen Verein im Profifußball suchen. Ist jetzt natürlich nur eine Information. Man weiß auch nicht, ob Tobi Strobl seine Meinung noch ändert. Wir Menschen können immer unsere Meinungen ändern, wenn doch ein gutes Angebot reinkommt. Und dann sagt er vielleicht, komm, dann mache ich doch ein, zwei Jahre. Wenn ich da zum Beispiel an diesem Footballer Tom Brady denke, der hat ja zweimal seine Karriere jetzt gefühlt beendet. Und man weiß nicht, ob er trotzdem weitermacht. Also das muss man ja ganz klar bedenken bei dem, was ich sage. Aber wohl Stand jetzt, wenn man sowas hört aus seinem Umfeld etc., ist es wohl so, dass Tobi Strobl die Karriere beenden wird. Und das wird auf jeden Fall, ist schon mal ein Indiz, dass dieser Vertrag ja eh nicht verlängert wird. Das habe ich aber so oder so nicht gedacht, auch wenn er einen anderen Verein findet. Er wird, den Vertrag wird auslaufen. Und dann haben wir hier Gehaltbudget wieder frei, weil er hat wirklich nicht so wenig verdient, was meine Information ist, für andere Gehälter und Spieler, was natürlich für uns auch nicht schlecht ist. Genau, Leute, das ist mal die Breaking News Folge für heute. Es ist einfach echt, es kam jetzt verblüffend alles natürlich. Also schreibt mir unbedingt in die Kommentare zu dem gerade ersten Thema. Habt ihr Sportdirektoren Ideen für uns? Weil ich muss da jetzt selber wirklich recherchieren, bin ich total ehrlich. Wenn ja, unbedingt schon mal reinschreiben, dass ich mir diese Kandidaten auch mal anschauen kann. Möchte auch unbedingt mit euch noch darüber sprechen. Und findet ihr die Idee an sich per se auch gut einfach? Selbst wenn ihr jetzt keine Sportdirektoren kennt, ich habe schon Sprachweh, weil ich so aufgeregt bin, findet ihr die Idee an sich gut? Ich finde es gut, weil man so ein bisschen das Feuer von den Reuters wegnimmt, falls es wieder zu ungemütlicheren Zeiten kommt, bis 2026. Also ich finde, unser FC Augsburg ist auf einem guten Weg mit diesem Trainer, mit dieser Mannschaft, mit dieser neuen Philosophie, mit jungen Spielern. Und ich bin einfach ein bisschen Hype tatsächlich, wo ich das gehört habe. Also das ist euer Dennis. Schießt die Kommentare voll, spammt den Daumen nach oben, wird mich extrem freuen. Und bis bald und ciao. Einmal zusammen nochmal für YouTube, wäre richtig geil. Mach mal was richtig geiles für YouTube, was geiles. Mach mal was richtig geiles, Jungs. Liken, follow, Abonnenten, alles da lassen, du weißt Bescheiden.